Es gibt was Neues in Niederbayern, genauer gesagt auf den niederbayerischen Straßen. Infinity heißt das Zauberwort, eine neue Automarke, die Premium-Marke von Nissan. Das hier ist der Q30, der wurde uns zur Verfügung gestellt von Huber Premium Kase in Eckenfelden. Und ich würde sagen, den probieren wir jetzt gleich einmal aus. Wir haben den kleinen Diesel mit 109 PS. Es fährt sich gut, klangt sich gut an und ist sehr sicher. Er hat einen Auffahrwarenassistent, einen Spurverlassensassistent, sieben Airbags und wurde beim Euro NCAP Crash Test mit 5 Sternen als Best Small Family Car 2015 ausgezeichnet. Und das erste, was da drin eigentlich auffällt, ist, man fühlt sich wohl. Der Innenraum, der wirkt optisch und haptisch wirklich hochwertig. Es klangt sich gut an, es schaut gut aus und Mercedes und Infinity arbeiten eng zusammen. Und dieser Q30 basiert auf der aktuellen A-Klasse. Jetzt sitze ich hinterm Fahrersitz. Ich habe meinen Sitz nicht verstellt, also genau so bin ich vorher gefahren. Und wie man sieht, ich bin 1,81 Meter groß. Ich habe noch genug Kniefreiheit. Ich kann noch ein bisschen hin und her rutschen sogar. Und habe noch ein paar Zahnemeter frei. Genauso auch oben am Kopf. Also es ist definitiv nicht zu eng hier hinten. Man hat genug Platz. Und jetzt werfen wir noch einen Blick in den Kofferraum. Und wir sehen den Kofferraum. Und was da alles reinpasst, das haben wir schon getestet in einem anderen Video. Max und Marina haben getestet, wer am besten Koffer ins Auto packen kann. Und ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Von außen fällt sofort auf das zukunftsorientierte und fast schon futuristische Design. Eine dynamische und sportliche Linienführung haben wir da bei diesem fünftürigen Kompakten. Der übrigens auf 18 Zoll Rädern steht. Und er hat eine höhere Bodenfreiheit als normale Autos. Ist aber noch kein SUV, weil das Dach eigentlich genauso hoch ist wie bei normalen Autos. Also er ist ein Crossover. Er ist irgendwas dazwischen drin. Aber innen trotzdem genug Platz. Der Infiniti Q30 ist definitiv eine Alternative zu den bekannten Marken. Egal ob für den sportlichen Single oder die kleine Familie. Und sicher und stylisch ist er auch noch.